Hallo Rap-Fans, Hallo Chart-Fans, ich grüße euch alle zu diesem Video. Ich möchte gar nicht über die Vergangenheit reden, es ist viel passiert auf unserem Kanal, aber das ist jetzt nicht das Thema. Der einzige Grund, warum wir dieses Video jetzt machen, wir möchten gerne in Zukunft kleineren Künstlern, kleineren YouTubern, keine Ahnung, vielleicht auch kleineren Streamern die Chance geben, etwas an Reichweite aufzubauen. Wir möchten die gerne so als Restunterhaltung für euch alle zwei Tage, alle drei Tage, vielleicht auch alle fünf Tage hier auf unserem Kanal etwas vorstellen. Das heißt, wenn du rappen kannst, wenn du singen kannst, ja, von mir aus, wenn du tanzen kannst, von uns aus, wenn du zeichnen kannst, oder was weiß ich, was du für ein Talent hast. Egal, kannst du uns gerne eine E-Mail mit deinen Talenten, mit deinen Künsten, mit deinem Können schicken. Wir schauen uns das an und werden das dann alle drei Tage, alle vier Tage, so wie es zeitlich passt, hier auf unserem Kanal hochladen, natürlich mit Videobeschreibung, mit einer Verlinkung zu deinem Kanal, zu deinem Stream, zu deiner Seite, egal was du hast. Somit habt ihr vielleicht die Chance, bekannt zu werden. Vielleicht werdet ihr von jemandem gesehen, der genau so etwas sucht. Was weiß ich? Wir möchten einfach mal den kleineren, mal die Chance geben, weil wir sehen, und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, keiner hat uns die Chance gegeben. Wir haben es natürlich mit Fremdcontent aufgebaut, das wissen wir, aber wir haben unsere Arbeit jeden Tag gemacht. Deswegen, Arbeit sollte belohnt werden, und wir möchten eure Arbeit und euer Können belohnen. Wenn das für euch interessant ist, schaut einfach in die Videobeschreibung, schickt uns eine Mail, und wir werden euch bestmöglich auf diesem Kanal präsentieren. Ob das nun vor den Charts sind, ob das nur ein eigenes Video ist, das wissen wir noch nicht, ist in Planung, aber wir versprechen euch, das wird ein Brett. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, lasst uns Gas geben, wir freuen uns auf eure Mails, passt auf euch auf, bleibt gesund, und bis zum nächsten Video.